Ein einziger Erlass, aber er macht es einfach nicht. Alles in Harmonie. Der Rhythmus verbindet uns alle. Vor großen Auftritten habe ich immer noch Lampenfieber. Bleib zurück! Kunst ist etwas, das jeder teilen kann. Wir sind beide weit weg von zu Hause, Shinzao. Ruhe sanft. Eine aggressive Bewegung. Warum handelt Jarwin nicht? Ein einziger Erlass würde schon reichen. Das war nicht Teil der Vorführung. Keine Sorge, Lux. Irgendwann werden Leute wie wir frei sein. Nur weiter so! Jede Note ist wichtig. Ruhe bitte! Ein wahres Meisterwerk sollte das Leben feiern. Ich bin hier. Ich bin hier. Finale! Dynamisch! Fiddlesticks! Fiddlesticks! Aber die Lieder! Sie können nicht wahr sein! Gut! Magier haben auch ohne dich schon genug Probleme, Silas. Möw! Das ist ein großartig! Meiner ist das! Ihr seid nicht so dramatisch! Meine Musik wärmt alte Seelen und beruhigt verhärtete Herzen. Sie ist meine größte Freude. Harmonisch Dissonanz Ich bring dich zu deinem Platz. Der Auftakt Demacia ist meine Heimat. Aber ich werde Ionia niemals vergessen. Zugabe! Zugabe! Ein Duett. Wenn du darauf bestehst, wie sich das Tempo ändert, so ändern wir uns. Das Leben ist eine wunderschöne Ballade. Falsche Tonart Tut mir leid, Garen. Hinter Gittern kann ich niemandem helfen. Und wo hat sich Rice herumgetrieben? War er auf der Suche nach weiteren Weltuntergangsrelikten? Exakt wie ein Metronom. Sempre Ich glaube nicht, dass Ionia mich so bald wieder willkommen heißt. Jeder ist ein Kritiker. Adagio Adagio Ach, das wird schon wieder. Zwei Herzen im Dreivierteltakt Einfach weiter lächeln, dann lassen sie dich vielleicht in Ruhe. Das richtige Lied kann die Seele einer Nation besänftigen. Eine falsche Note ist nur ein glückliches kleines Versehen. Die Saiten schwingen und die Menschen tanzen im Takt der Erinnerungen. Fortissimo Übung macht den Meister Meisterschaft ist der erste Schritt. Der Rest ist, was man daraus macht. Eine weitere Zugabe? Wie sie wünschen. Sinfonie! Du klingst schief. Meine Musik ist meine Stimme. Eine Melodie, die uns nach Hause leitet. Klingt nach einem persönlichen Problem. Bereiten wir die Bühne vor. Das ist dein Auftritt. Schinzhausherz ist erfüllt von Schmerzen. Warum? Komm in Schwung. Ordnung durch Musik. Soll ich von der Bühne kommen? Oh, ist der Großgeneral etwa ein Fan? Ups, da war ich kurz wie weggetreten. Taktvoll. Hmm, welches Stück passt zur Stimme? Magie ist wie ein Lied. Sie durchdringt alles. Und sie wartet. Im Einklang. Ist das Irelia? Ich habe sie seit dem Wiederaufbau nicht mehr gesehen. Zu einer leeren Bühne konnte ich noch nie Nein sagen. Nicht einmal zu dieser. Beschleunigte Bewegung. Crescendo. Die Freude des Publikums ist es immer wert. Halte den Ton. Da scheint jemand Spaß zu haben. Halt die Augen auf nach Musik, Snobbs. Sollte ich diese Person kennen? Ist er ein Fan? Andante! Allegro! Keine Zwischenrufe, bitte. Allegrissimo! Ein brillantes Duett. Silas. Er hat sich nicht geändert. Und meine Antwort ist immer noch Nein. Schneller! Egal ob Adel oder Bürger. Jeder wird gern unterhalten. Ich lasse mich von jedem Lächeln und jeder Träne inspirieren. Ich lasse mich von jedem Lächeln und jeder Träne inspirieren. Oh, Banausen. Noch mal. Vorhang auf. Vorhang auf. Ich bin bereit. Die Sinfonie endet nie. Sforzando Die Welt ist grausam. Solange sich das nicht ändert, werde ich spielen. Schön zu sehen, dass Tarek noch der Alte ist. Und traurig. Es ist beides. Requiem! Sei nicht so laut. Gefühle, Liebe, das sind die wahren Instrumente. Spüre es. Spar dir deine Kritik. Hab nie Angst davor hinzuhören. Elegie! Diese Artefakte beschwören nicht wirklich den Weltuntergang Rise, oder? Dreifaches Tempo. Doppeltes Tempo. Das Zeichen zum Einsatz. Hier spielt die Musik. Wollte er vier Autogramme? Ich habe keine Ahnung. Damit man nicht im Dunkeln stolpert. Das ist kein gewöhnliches Instrument. Es ist vielmehr ein alter Freund. Noch einmal mit Gefühlen. Noch einmal mit Gefühlen. Ostinato. Du passt auf mich auf und ich pass auf dich auf. Höre und fühle alles. Verpasst deinen Einsatz nicht. Eine Sinfonie der Gerechtigkeit. Die Fanfare wird lauter. Sind Felder still und Winde ruhig. Lauf nach Hause. Spiel weiter. Die Kunst schlägt Brücken zwischen den Menschen. Regierungen eher weniger. Spüre die Musik im Herzen. Nur eine kurze Unterbrechung, hoffe ich. Eine Kronwacht und eine Magierin? In ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ich trete auf jeder Bühne einmal auf. Und bei manchen bleibt es dabei. Immer боль. Bühne一次. Vielen Dank.